Ja, gut. Die Liebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Okay, der Fiat Dark hat Stufe 35. Schließ die Reihen! Oh, bereit! Und los! Für die Rune! Ja, gut. Die Liebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Hier könnten wir theoretisch von der Seite weiter hoch, von der Seite runter. Hier müssen wir dann mal gucken. Mir nach! Mir nach! Hier, sofort! Okay, da wir spawnen ein paar mehr als hier oben. Wobei hier auch wieder gut welche respawned sind. Die sind sogar wirklich auf den Kreis zurück. Auf mein Zeichen! Sofort! Zum Angreif! Für die Rune! Schließ die Reihen! Zur Ehre Aronius! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Ja, gut. Die Liebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen. Für euch Männer! Zu euren Diensten! Alles klar! Schließ die Reihen! Geschickte Seele! Oh, mit dir sollten wir dann auch reden. Da kommen wir hier zum Glück hoch. Ja! Vorwärts! Schnell! Zum Angreif! Oh, da ist ein Trop. Verteidigt euch! Schlag sie zurück! Auf mein Kommando! Und los! Und los! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Den Teil können wir von da aus... Auf meinem Befehl! Jetzt gehen wir erst mal hier hoch. Folgt mir! Zur Ehre Aronius! Sehen, dass hier oben ein Haufen Gegner sind. Verstarkt die Deckung! Wird sofort ausgeführt! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Zu sterben! Oh, hier... Die geschickte Seele ist nicht die einzige, die es hier gibt, so wie es aussieht. Gibt auch noch eine gütige Seele da drüben. Verstarkt die Deckung! Schließt die Reihen! Ja, hier kommen wir hoch. Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Und los! Für die Rune! Also hier runter, hier drüben hoch. Feindlicher Angriff! Sofort! Sofort! Mal erst mal gucken, was die beiden... In die Schlacht! ...was die Selig hier zu sagen hat. Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Oh, Zauber. Nicht schlecht. Mir nach! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Sofort! Okay, der will nicht. Mir nach! Mir nach! Schnell! Ah, dunkle Beinkleider. Nee, da sind die beiden Panzer der Elite besser. Ja. Sofort! In die Schlacht! Schließt die Reihen! Vorsicht! Schnell! Zum Angreif! Verstarkt die Deckung! Mir nach! Und los! In die Schlacht! Hier drüben ist auch noch eine Seele. Schlagt sie zurück! Zeit zu sterben! Halte durch, Männer! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Zubefehl! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Achtung! Sie sind überall! Feindliche Feindliche Angriff! Man merkt, kein Kampf auf Untote macht so viel Sinn. Er ist wenigstens vergiftet. Feindlicher Angriff! Ah, er ist doppelt vergiftet. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schließt die Reihen! Wie auch immer man ein Skelett vergiften kann. Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Zubefehl! Lebender! Kommt her! Ich bitte euch! Helft mir bei meiner Rache! Brecht den Bann, der mich in dieser Stadt festhält! Und mein Bogen soll euch dienen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Okay, da kommt er. Bestbuch wurde aktualisiert. Die verlorenen Seelen. Der Fialdark in der Stadt der Seelen hält einige Geister gefallene Abenteuer gefangen. Er zwingt sie stets ruhelos durch die Stadt der Seelen zum Wandern und gestattet ihnen keine Ruhe. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Tötet den Fialdark! Er ist es, der mich hier festhält. Er hat mich aus meiner Ruhestadt beschworen. Aus purer Grausamkeit lässt er mich nicht heimkehren in mein Grab. Wenn ihr mir helft, sollen meine Pfeile euch beistehen. Bringt mich nach Osten zu meiner Ruhestadt und erschlagt den Fialdark! Tut ihr das, werde ich so lange an eurer Seite bleiben. Gut, wir haben Unterstützung. Und los! Was gut ist. Sofort! So können wir... Mir nach! Nämlich... Und los! Erstens haben wir es dann leichter gegen den Fialdark und zweitens gegen die Gegner, die noch hier auf uns lauern. Für die Freiheit! Und los! In die Schlacht! Sie sind überall! Feindliche Angriff! Schlag sie zurück! Schlag sie zurück! Die Ruhe von... Sie sind überall! Auf mein Kommando! Mir nach! Vorwärts! Zur Ehre Aronius! Feuermeister töten erst einmal... Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Kämpft! Da sind seine Elementare nämlich weg. Hier! Sofort! Die gütige Seele sieht aus wie eine Heide darin, was auch schon mal praktisch ist. Mir nach! Haltet durch, Männer! Ach, das sind die Ruhestätten der Geister. Schnell! Schenkt Gnade, Abenteurer! Dunkle Magie bindet mich an diesen Ort und ich vermag die Bande nicht zu brechen. Steht mir bei! Und ich will meine Kraft in eure Dienste stellen. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Bringt meine Seele zu dem Grabmal, das meine guten Kameraden für mich errichtet haben. Weit im Osten. Dort, wo ich damals der Finsternisser lag. Aber passt auf! Der Fialdark wird versuchen, uns daran zu hindern. Ihr werdet ihm gegenübertreten müssen. Ich werde euch meine heilenden Kräfte zur Verfügung stellen, bis wir meine Ruhestadt erreicht haben. Bitte, Freund, gewährt einer verlorenen Seele diese Gnade. Natürlich doch. Jede Hilfe ist uns willkommen und als Dank dafür... Auf mein Zeichen! Und los! Vorwärts! Für die Freiheit! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Die Ruhe wird da! Sie sind überall! Wird sofort ausgeführt! Auf mein Kommando! Okay, du bist ein bisschen angeschadet. Macht aber nicht so viel. Hm. Auf meinem Befehl! Schnell! Sofort! So, die beiden können wir töten. Dann können wir hier rum und hier hoch. Ohne auf den Fiat Dark zu treffen. Schnell! Mir nach! Schnell! Ja, bringen wir es zu Ende! Für die Freiheit! Weil wenn es in jedem Bereich eine Seele gibt... Ah, kommen wir hier hoch, ohne dass der Fiat Dark uns bemerkt? Ich hoffe doch mal... Schnell! Schnell! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Und den sage ich am besten, sie sollen mir folgen! Auf meinem Befehl! Folgt mir! Das wird einfach was sein, als sie selber zu steuern. Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! So, dann sollen wir wir diesen teilen und holen uns die zornige Seele. Das ist ein Magier auf jeden Fall. Zum Angreif! Sie sind überall! Vorwärts! Schnell! Sofort! Und los! Mir nach! Vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Sofort! Ringter Gnade. Der ist gar nicht mal so schlecht. Hm. Die trägt schon einen Ring der Gnade. Okay. Okay. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Tod und Feuer! Der Fialdach muss brennen! Vernichtet ihn! Er hat mir das angetan!